Erde und Koppel Achso, was ist da? Le Koppel Brick Stone Nein, eurem Baumzeug Achso, das ist Baumzeug bei dir Ja Le Urd Mob Nein Mob Drop ist dann das und das und das Das Leder ist auch Mob Drop Also ich habe noch nichts Also das wieder zurück Holzsachen ist dann Kiste, Zaun Also Schienen, wo so wargische Schienen hin Rettzahnen Schienen hinter dir Also So ist hier gut organisiert Ja Dann habe ich noch einen Flintstone Und dann noch 10 Wolle und 10 Fackeln Die Fackeln kommen in die Ausrüstung Also hier da Muss ich auch einen machen Das auch Und Wolle Wolle kommt Äh, wo hab ich nicht reingetan? Auch ein Spezial Das ist eigentlich auch ein Mob Drop Ja Spezial ist Marant Ich habe hier noch 4 Kisten Naja, nee, warte Ich habe nur noch 2 Kisten Die 3 Kisten Die leer sind Dann mache ich dann noch eine Wolle Kiste Aber jetzt noch nicht Und Essen noch Weg So, die neuen Schmaragd Die nehme ich mit in den Tod Nein Hier müsste ich auch mal So machen Was machst du? Guck mal, wo ich draufstehe Waaah Bau die nicht mit der Hand ab, schade um die neue Diemann Äh Maragde Maronisch ist Rindfleisch Genau Ah, super Dann bauen ab Kannst du noch gleich so lassen Tun die in die Gistes Spezial Ich kann nur noch einmal handeln Naja, lassen wir so Ja, lassen wir so Ja, lassen wir so Haben wir alles schön kaputt gemacht hier Wie viele EP hast du noch? 22 Dann tu die mal entschieden Auf Auf Dieser Nee Warte Auf Äh Moment Das mache ich da eigentlich egal Auf diesem Schwert Ich kann nur maximal 12 machen 16 18 16 Es müsste aber noch mehr gehen Es erinnert sich ja immer Bei dir gerade habe ich 21 gehabt Jetzt wird's nur toll Äh So blöd Ich hasse normale Entscheidungen Das ist einfach nur dumm Ja, ich habe eine Schere in der Hand Ich weiß Ich rede doch gar nicht von deiner Schere Ich rede von meinen Scheren Nein Weil ich meine Egal Es hat totale Ausschläge gemacht auf der Tonspur So tick 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 Machst du heute so mehr wie 19 geht Jetzt muss ich einfach noch mal gucken Dass ich raus Dann mach 19 und dann Dann tue ich gucken was du noch entscheiden kannst Ich hab ja noch ne 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 Axt Warte, je ne Axt Mann, jetzt bekomme ich nicht mal mehr 19, das darf doch nicht wahr sein Hallo Dann mach halt 11 und 11 Oder hast du 21 22 Ja, dann mach das 11, 11 Wenn du 11 kriegst Oder 10, 12 wenn du das kriegst Jetzt hab ich 19 Oder so Du bist jetzt die Gliederfüße, ey Ja, wieder Ja, drei Hab ich Ja, und jetzt ist nun Das nächste Das andere noch halt Jetzt kann ich noch was für drei entscheiden Ja, das machst du jetzt noch Ja, dann stehen wir jetzt hier einfach noch mal ne Stunde rum Ja, ja Kommt mit drei Du musst dann oben stehen Ja, ich weiß Seitdem hatte ich doch was Na, super Ja, jetzt Nein 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 Das passt doch Steck ich mit drei kommt, klick, klick ich wieder weg Oh, Mann Bo, das darf doch nicht wahr sein, das gibt's doch nicht Das muss ich als Bild nehmen sagen Nein Das kann doch nicht sein, oder? Ey, die Folge, wenn, die Folge denn ist nein Nein Also nein, nein 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 In Heißbütern wenn der modern abgedatet ist kann ich sagen was machst ich bin jetzt tot wo ich habt ihr nemesis der gliederfüße 1 nemesis der gliederfüße 3 und dann band 2 unter der effizienz 1 wie die kakao und glückreich was zeigen richtig prall erwartet kann man ja noch abhören aber nur die roten die richtig roten da die hellroten nicht also dass wir auch noch ich sie noch nicht ready genug so dass die fackeln da wie das aussieht die tür geht einfach hier auf und zu und gar nichts ist da ich bin schon unten jetzt ich komm ja werfen nein warum steht wo bist du denn an der treppe an der welcher treppe genau schmeißer dahin ach ja jetzt habe ich jetzt schon jetzt habe ich schon 18 ok dann würde ich mal sagen bis zur nächsten folge äh ich stehe auf der crafting box wenn du wissen willst wo ich stehe warum stehst du auf der crafting box weil hier halt gute ecke ist zum hinstellen wo das ist doch für ein ding was machst du ich stehe hier unten auf der crafting box was ist das gar nix mach ich was für ein ding magst du denn ach so das ist gute ecke zum hinstellen was siehst du mich nein ach so ja gut dann guck einfach zur crafting box und dann da ja ich guck ja dann tschüss ja tschüss das ist das gute ecke zum hinstellen ja tschüss das ist das gute ecke zum hinstellen ja nicht alle anderen ecken nein lass mich nicht hinstellen das ist böse ja Aber das ist gute Ecke. Kaufen Sie jetzt die Ecke zum Hinstellen. Vergessen Sie alle anderen. Das ist die Ecke der Zukunft. Genau. Sind Sie hip und beliebt. Der neuen guten Ecke zum Hinstellen. Ach geil. Ist das jetzt noch auf Aufgabe? Ja. Warum tut alles weh jetzt? Vom Lachen? Ja. Kaufen Sie jetzt die gute Ecke zum Hinstellen. Ja wir laufen jetzt durch die gute Ecke zum Hinstellen. Im Kreis. Oh heilige Ecke dein Wille kommt. Oh kein Waypoint nein. Wie im Himmel so auf Erden. Wie in Ecken so auch in runden Räumen. Na wie in Räumen. Egliche Eckigkeit gib uns heute. Und vergib uns unsere Eckigkeit. Ja. Ne vergib uns unsere Rundungen. Wie auch wir vergeben unseren was? Weißt du was ich jetzt mach? safen? Ja und dann hol ich mal den absoluten Hammer jetzt raus. Warte mal. Safe off oder was? Ne ich hab jetzt safe strich all gemacht. Jetzt ist die Welt gespeichert. Die kopiere ich jetzt halt auf dem Desktop. Das ist nichts passiert. Falls es doch passiert. Achso ja dann okay. Jetzt zünden wir die Map an. Okay. Ho 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 ho. Das hat mich gerade total erschreckt. Lüfer. Meine Katzen sind alle hier. Alle Hunde. So ein Creeper. Die ist nisch. Nuke. Der Creeper kommt und sprengt alles. Boom. Aua. Aua. Ja was weiß ich. Du kommst hier krass raus. Wo bist du denn wieder? Ich seh dich nicht. Nu. Aua. Aua. Ist das jetzt immer noch auf Aufnahme? Ja immer noch. Geiler. Willkommen im letzten Playmake Blödsinn und deine Hunde waren hier außen auf einmal rum. Ja die Folgen mehr irgendwie warum auch immer. Ich seh dich gar nicht. Warte mal. Ich seh dich hier. Kill. So jetzt bist du tot jetzt. Sind die Hunde weg. Jetzt bist du immer noch im normalen Skimmer. Aber ich seh dich wenigstens wieder. Lassen. Jetzt folgt mir doch nicht ihr blöden Köter und Katzen. Was wird nicht? Was? Hilfe. Alle tot. Alle tot. Alle tot. Doch nix ist gesaved. Ist ja alles gesaved. Ist ja kein Problem. Ja ja ist gut. Dann kannst du die ja mir schon mal schicken. Ja. Aber mit unseren. Also mit Player was da auch drin ist und so alles. Alles. Also willst du die Map jetzt auseinandernehmen? Nee. Wäre doch lustig. Ja dann komm mal mit. Hier seht ihr jetzt wie Starkiller seine LP-Welt auseinandernehmen. Ich hab keiner Lust mehr. Und ich jetzt zufälligerweise hast Backup gelöscht. Ey wenn du das jetzt gemacht hast. Ich glaub dann würde er mich hassen. Dann würde die wieder mit mir reden. Nee ist alles sattel. Nicht dass doch noch irgendwas passiert. Ich speichere hier noch mal kurz was. Save Strich all. Dann ist jetzt die Welt gesaved. Dann ziehe ich die jetzt hier auf dem Desktop. Beziehungsweise kopiere sie auf dem Desktop. Das ist nur 10T auf dem Dach aber nö. Den Neter brauchst du ja auch ne? Dann muss ich den Neter noch rüberziehen in die World. Players und Bist müsste eigentlich passen. Dann ist jetzt eigentlich alles gesichert. Wenn jetzt noch irgendwas verloren geht oder so dann heiße ich für uns. Okay bald geht alles in die Luft. Wer weiß was das so für ne Folge ist ne? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Jedenfalls haben wir schon wieder ne Stunde. Also jetzt haben wir schon über 3 Stunden. Auf jeden Fall ist das glaube ich alles in einer Folge. So und jetzt geht gleich die Welt hoch. Und du packst die gerade mal eben in der siebte Toy. So. Warte, warte, warte. Ich will 10, ich will 10, ich will 10. Zu einem High-Kiefer hinzufügen. LP. Marcel. Als Winra Kompressionsmethode. Sehr gut. So, dann komprimiert die jetzt. Und ich zünd's an. Ich wollte's eigentlich mit Redstone anzünden, du. Oh, mein PC hat sich fast aufgehoben. Oh, mein PC ist so wichtig. Du hattest mich doch nicht vergeheben! Okay. Was hast du überhaupt platziert? Das ganze Dach. Das ganze Dach. Na klar. Na klar. er hat gewollt als Fettel von sie gibt es von der Angelegenheit die Städte alles weg alles weg ich bin du bist hier im Boden hoho hübschen das war jetzt aber alles wieder auf ja wohl Okay, das war's jetzt aber wirklich jetzt. Springen wir das Lager noch in die Luft. Okay. Ja. Und tschüss. Und tschüss. Abgehoben, bitte. Ey, warum explodiert denn das nicht alles? Ja, explodiert nichts, gell? Ist ja doof. Aua. Der Servicegab gerade überlastet. Das kann durchaus sein. Ah, jetzt geht's wieder. Boah, die ganze Kiste sind kaputt. Scheiße. Ja, komm. Die ganze Kiste sind da fort. Sind alle weg? Ne, sind kaputt. Guck mal, wie viel Erde hier rumliegt. Ich seh gar nix. Okay, ja. Ich seh überhaupt nix. Du nimmst aber alles auf, gell? Ich nehm gar nix auf. Ich hör nur dich, dass du immer irgendwie, was die ganze Zeit aufnimmst. Ja, warte, guck jetzt. Stirbst du jetzt? Du siehst du, ist er jetzt? Die ganzen Sachen. Das ganze Joll. Die ganzen Diamanten. Alles meins. Ne, deins. Mein Inventar ist voll. Ich muss auch. Muss hier mal alles löschen, so. Ja gut, okay. Das war jetzt so ein kurzes Ausklingen des Togevers, was wir jetzt hier kurz gemacht haben. Ich denke mal... Wir haben einfach mal die halbe Welt zerbombt. Das hat auch noch kein Let's Player vorher gemacht, glaube ich. Ja, ich denke mal... So mitten im Let's Play die ganze Welt zerstört. Ich denke mal, in der nächsten Folge ist alles wieder aufgebaut und... Bis dahin. Tschüss. Jo. Tschüss.